Gesichter, die jeder kennt. Publikumsmagnete Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Doch wer steht hinter den Stars? Im Schatten des Sunnyboys verbirgt sich der Macher, der Große, der im Hintergrund die Fäden zieht. Er heißt Holm Dressler. Wenn Persönlichkeiten wie Thomas und Günther auf der Bühne glänzen, sorgt er für den reibungslosen Ablauf. Er kam zum Fernsehen wie die Jungfrau zum Kind. Der gelernte Bankkaufmann war frustriert von seinem Job, aber als er eines Tages durch Zufall ein Fernsehkabel zwischen die Finger bekam, wusste er, ich werde Regisseur. Was halt das Tolle ist, was es eigentlich für mich vorher nicht gegeben hat und für viele andere leider immer überhaupt nicht gibt, ist die Tatsache, dass ich genau weiß, wenn der Holm irgendwas austüftelt oder vorhat, dann kann ich das blind übernehmen. Das ist so ein bisschen wie bei Chatten und Winnetou, wenn der eine was macht, kommt der andere damit klar. Und noch ein Dritter gehört mit zum Bund. Als Anti-Zwilling zu Thomas fühlt sich auch der Tüftler und Denker Günther Jauch Budel wohl im Dressler-Clan. Und ich gebe zu, wenn der Holm mir irgendwas vorgeschlagen hat, wo ich eher skeptisch war, in neun von zehn Fällen hat er recht, wenn er sagt, lass was so machen. Vertrauen, Gewissenhaftigkeit und Professionalität. Grundlagen für Volk und Freundschaft.